Das ist unsere Welt, Kunststoff, der Rohstoff unserer Produkte. Wir produzieren mit über 80 Mitarbeitern in Nürnberg und hier in Nappburg in der Oberpfalz Folienverpackung, umweltfreundliche Folien und Beutel. Und das macht die Strubel KG seit 60 Jahren, inzwischen in der dritten Generation. Früher waren es nur einfache Verpackungen, die man herstellte. Heute gehören zum Produktportfolio auch individuell bedruckte Folienverpackungen und sogar komplette Verpackungssysteme. Unsere Kunden bekommen aus einer Hand eine komplette Systemlösung aus einer selbstentwickelten Verpackungsmaschine und maßgeschneiderten Folienbeuteln aus eigener Produktion, die beim Kunden dann vollautomatisch befüllt, verschlossen und sogar individuell bedruckt werden. Kunststoffverpackungen sind Produkte des täglichen Lebens. Sie dienen nicht nur dem Schutz der Produkte, sondern der Warenpäsentation. Es geht in die erste Produktionsstufe, die Extrusion. Doch bevor die Mitarbeiter diese Extrusionshalle betreten dürfen, ist erst einmal Kleiderwechsel angesagt. Denn diese Werkshalle ist ein Reinraum. Die Vorschriften hier sind streng. Die Strubel KG garantiert hundertprozentige Materialreinheit. Und das durch die gesamte Produktionskette. Vom Granulatkorn bis hin zum fertigen Produkt. Mit diesem Blasfolien-Extruder wird das Granulat erhitzt und zur hauchdünnen Folien im tausendstel Millimeterbereich weiterverarbeitet. Alles im Blick haben hier die Kunststofftechniker. Das Einstellen der Maschinen und das Bedienen sind komplex. Schon die Auszubildenden lernen, dass hier viel Genauigkeit gefragt ist. Um einen hohen Qualitätsstandard zu garantieren, wird jeder Produktionsschritt überwacht. Auch das Bedrucken der Folien verlangt Expertenwissen. Die Firma Strubel kann auf eine jahrzehntelange Erfahrung im Druckbereich zurückgreifen. Bei uns ist alles ständig in Bewegung. Unsere Maschinen arbeiten 24 Stunden, 7 Tage, praktisch das ganze Jahr. Wir sind erfolgreich und wettbewerbsfähig, weil sie vom Azubi bis zum Geschäftsführer wirklich jeder jeden Tag 100% einbringt. Und wir unsere Produktionsprozesse laufend verbessern. Und genau das ist unsere Stärke. Wir sind extrem flexibel und Experte darin, spezielle Kundenanforderungen umzusetzen. So stellen wir beispielsweise atmungsaktive Verpackungen für Blumenzwiebeln her oder reinraumgerechte Verpackungen für Pharmazie und Medizintechnik. Besonders hohe Wachstumsraten haben wir in unserem Geschäftsbereich Verpackungsmaschinen. 1949, als Ein-Mann-Betrieb von Franz Strubel Senior gegründet, hat Manfred Strubel das Geschäft stetig ausgebaut. Seine Söhne haben das Unternehmen zum Anbieter von Produkt- und Systemlösungen weiterentwickelt. Das zeigt sich auch am Unternehmenssitz in Wendelstein bei Nürnberg. Diese Mechatroniker beispielsweise arbeiten am Bau einer Verpackungsmaschine für einen Zulieferer der Pharma-Branche. Bei der Vielzahl parallel laufender Aufträge und bei den Besonderheiten, die jeder Auftrag in sich birgt, gilt es, den Überblick zu bewahren. Die Umsetzung verlangt viel Wissen, aber auch Konzentration und Teamwork. Alles Fähigkeiten, über die das kaufmännische Team verfügt. Wir hoffen, wir konnten Sie neugierig auf unser Unternehmen machen. Wir sind immer auf der Suche nach motivierten und qualifizierten Mitarbeitern. Als Mechatroniker, als Drucker, als Verpackungsmittelmechaniker oder als Mitarbeiter im kaufmännischen Bereich. Darauf werden Sie von uns gefordert. Aber letztlich ist durch viel Verantwortung die beste Motivation. Dabei profitieren Sie von unseren Werten. Als Familienunternehmen mit 60-jähriger Tradition sind wir ein fairer Arbeitgeber und pflegen direkte, immer bereichsübergreifende Kommunikation. Das schafft Teamgeist und damit haben wir uns bei unseren Kunden das notwendige Vertrauen erworben. Das belegen die vielen langjährigen Geschäftskontakte zu Kleinunternehmen, Mittelstand und Konzernen im In- und Ausland.